Hallo und herzlich willkommen zurück zu Megaman Battle Network. Ich bin Lord Demitel und ich würde sagen, wir machen der Arbeit, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Beziehungsweise da, wo ich letztes Mal aufgehört habe. Weil, wie ihr seht, bin ich wieder am Eingang von Yai's Homepage. Ich bin diesen ganzen dämlichen, geklingelten Weg zurückgelaufen. Okay, das geht schnell. Blaster, bl... Ah, das war knapp Blaster und Blaster. Meine Güte, wie ich irgendwie jemals verlieren konnte. Das, was du kannst, komm ich schon. Bam. Okay. Nun der Demis. Ha, ich bin wieder hier. Nun, gehe ich in die andere Richtung. Wenn ich nur wüsste, wo ich... Metaur, Metaur, Kanonen. Es kommt mir ein super Trick, alle drei auf einmal zu schlagen. Fangen wir auch noch hin? Ha. Okay. Was denn der Blast? Ich glaube, es ist das Beste. Ich weiß nicht, ob es noch X oder sowas gibt. Äh, 200 sein ist nichts. Ich hätte jetzt eben einen Battleship gewessen. Bis jetzt... Auf der Sattgasse. Und man muss sich denn dann... ...nochmal nach oben... ...wenn ich jetzt total verwirrt. Ich glaube nämlich, da oben komme ich her. Ja, oder nicht? Was, dann kommen wir 10 und schon wieder kein Battleship. Wie geht denn das? Ich würde das erstmal... Doch. Doch, da komme ich her. Hier war dieser komische Zugangspin. Dann bin ich hier runtergegangen. Oh. Und... ...Need Tower. Ähm. Nein. Nein. Crossgun. Ja. In der Serie ist der Blaster. Das habe ich eben... ...gemeint. Um... ...nein kriege ich so klein. Glaube ich zumindest. Habt ihr das so sehen? Das war knapp. Hm. Nein. Ähm. Ja. Dann weiter. Ich weiß, dass dieser Party nicht so gut ist, aber... ...es ist Samstag und... ...schließende Daten. X-Panel war das nicht. Ja. 1350 Centis. Bald kann ich mir das... ...next AP Marion. Ja, jetzt ist Samstag. Ich habe eine lange Arbeit vor mir und... ...die ich dachte, ich mache zwischendurch mal was. Ähm. Ja. Ich habe... ...also... ...mit mir heute nicht so gesprächlich ist wie sonst... ...wieder der komische Händler. Oh. 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 Kann man weitergehen. Wah. Wah. Ich bin... Ich nach Hause. Glide. Wo bist du? Wah. Wah. Lern. Das muss das Programm sein. Ja. Richtig. Sagen wir gleich Bescheid. Also zu... Ja jetzt... ...elekt von... Nee, oder? Ganz im Ernst. Ich bin... ...den ganzen Weg nach da hinten gegangen. Dann wieder zurück. Und... ...ich musste nur... ...zwei Meter... ...also das gibt es jetzt echt nicht. Also... ...das ist... ...doof. Jetzt kriege ich auch noch einen Cannon. Nee, ich würde das jetzt nicht machen. Ich würde jetzt so aus Protest... ...hier weitergehen. Ja, toll. Dann eben so. Warte, 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 warte. Nochmal. In der Schreibung... ...dex PC-Netzwerk. Verschwinde. Hier fehlen Zugangsrechte. Siehst du was? Was bräuchten wir Dex erlauben, um hier weiterzukommen? Oh mein Gott. Toll. Jetzt kann ich den ganzen Weg nochmal zurückgehen. Also, wenn ich jetzt gleich dahin gelaufen bin... ...und dann merke ich, dass das schon wieder der falsche Weg ist... ...dann muss ich jemanden töten. Hm. Nein! Du verrätst mich, Morha. Toll. Ähm, Mini. Nein. Shockwave. Dash. Auf dem Weg zurück habe ich... ...einige Dash-Chips bekommen. Die habe ich dann auch sofort reingetan. Und das werde ich mit diesem hier auch tun. Denn Dash ist momentan das Beste, was ich habe. Nach den Schwertdingern. Werde dann einfach... ...ähm, ähm, ähm... ...ne Shotgun wegmachen. ...und den hier, ähm, nach da verschieben, damit es schöner aussieht. Und... ...ja, ich glaube, das Rest werde ich ordnen, wenn, ähm... ...ich beendet habe. ...ja, der ist weg. Mit dieser Taktik scheint das auch zu klappen, aber es dauert wohl dann etwas zu lange. Komm her. ...dass die nicht misstrauisch werden, wenn ich genau vor denen stehen bleibe. Wie ist das denn? Ah, ich brauche mehr Zeug. Geld. Wenn ich mir Zeug kaufen kann. Also brauche ich auch mehr Zeug. Ähm, äh, hier. Komm her hin. Oh. Oh, eine Shockwave. Sie tue ich natürlich erst sofort. Nein, jetzt lässt sich vielleicht eine Kelle. Wartet. Zett. Wartet. Ich glaube... Ähm. Ich bin verwirrt. Ähm. Ich hätte dort eben eine... ...Cannon C gesehen. Ähm. ...Dreitausend. Ähm. Die die Serie gesehen haben, wissen vielleicht, was der Programmsprung ist. Das ist, ähm... ...ein starker Angriff, den man kriegt, wenn man Cyberschwert, Breitschwert und Langschwert einsetzt. In dieser Reihenfolge. So was kann man hier auch machen, aber halt nicht mit den Schwertern, sondern auch mit den Kanonen. Mit allen anderen, also mit den meisten anderen. Wenn ich jetzt eine Kanone A, eine Kanone B und eine Kanone C habe, kommt ein Megacannon raus. Er steht hier. Hier vorne. Da. Hier. Die Welt hasst mich. Der Vögel geht mir total auf die Nerven. Vorgel. Dahin. Wieso ich? Ähm. Blaster. Nochmal Blaster. Okay, das ist eine schöne gerade Zeit. Okay. Bumptrunk. Ähm. 60 Senis. Okay. Ich würde sagen, dann machen wir hier Schluss und sehen uns nächstes Mal wieder. Also, das war jetzt echt ziemlich doof. Äh, bis dann. Ich bin Lottimittel und ja, wir sehen uns.